Ein bekommst du in weiterem Video auf den Kanal, heute spricht man wieder. Mann, Malte, du Vollidiot! Oh, Alter! Du bist so ein Vollidiot, Alter. Da ist noch ein Medien wegen. Ja, aber, Malte, ich wäre fast down. Ja, und? Hab ich mich erschreckt. Jetzt konnte ich gar keine schlechte Anmoderation machen. Wo kommt das denn hin, Malte? Alter, Malte, unsere Waffen machen viel zu wenig Schaden hier. Wir brauchen wirklich eine neue. Er ist tot. Ich glaube, wenn es so weitergeht, musst du wirklich eine neue nehmen. Oder vielleicht bist du einfach zu schlecht. Ich, 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 die Hits, die bringen einfach gefühlt kaum noch was. Also, bei mir bringt jetzt alles sehr viel. Ah, das ist eine neue Waffe. Nice. Ah, Pistole. Na, egal. Egal. Okay, die macht. Die ist tatsächlich gar nicht so geil. Ja, die ist nur eine Stufe weiter. Ne, so trotzdem. Haben wir geile Teile dafür. Auf jeden Fall, die ist besser. Lernmagazine, Schiene haben wir nicht. Lauf haben wir nicht. Mündung haben wir nicht. Na, ich packe mal eine zufällige Farbe rauf. Aber wir haben noch zwei oder mehr Chancen, glaube ich sogar. Warte. Die gefällt mir ganz gut. Ich glaube, wir haben noch drei Chancen. Ne, vier Chancen hier, eine gute Waffe zu finden. Ich will mal gucken, wie sie in Action aussieht. Ja, Mati, guck mal. Was denn? Mati, guck dir mal die Deckung an. Die Deckung? Welche Deckung? Also ja, ich weiß, die geht kaputt. Hä, finde ich heftig. Wie kriegt das? Guck mal, da unten, da unten, da unten, das Feld. Sieht das hier doch schick aus irgendwie, ne? Ich sehe, hab's nicht gesehen. Na, das ist gut. Malte, pass auf. Warte, ich bin Helikopterflieger. Das hab ich schon mehrmals in diesen Räschigen Games. Wenn ich sag, ich kann das, dann stimmt das. Achso, Entschuldigung. Okay, Mati, kurze Vorwarnung. Es ist soweit. Bereit machen zum Öffnen! Ich hätte fast zu spät geöffnet. Okay, Icarus, auf damit, hat er gesagt. Okay, Sekunde. Hab... Warte mal, einer hier will Rebellen erschießen. Down. Da sind aber nicht viele hier. Nö. Down. Gehen die rein? Das ist relativ easy. Wo sind sie? Drin ist niemand. Es ist leider nur Ausrüstung, keine Waffe. Egal. Maschinenpistolen-Schiene. Brauchen wir nicht. Haben wir auch keine. Egal. Sollen. Vielleicht finden wir aber irgendwann eine gute Maschinen. Na, wenn wir nicht. Ich glaub, man kann den vierten Waffe dort freischalten, wenn das soweit ist. Dann machen wir das auf jeden. Gut. Sag mal, was ist denn die Kiste da? War ich hier mal? Na, ist schon, ist schon. So. Warte. Aha. Okay, ich hab schon... Was hast du gemacht? Da standen noch zwei Leute. Na, aber guck mal, die Gegend sieht irgendwie schön aus mit den Bäumen. Ja, ja, ich sag doch, es gibt tatsächlich eine ziemlich abwechslungsreiche Gegend. Also guck mal, früher war ja so mies Wüste, jetzt ist eher so Skandinavien-Vibe ein bisschen. Okay, gut. Malte, das Flugzeug ist besser schneller als hier, das kriegen wir nicht. Was versuchst du? Nein, du kriegst das Flugzeug nicht. Doch, du kriegst es. Oh, Freude. Jetzt will ich noch sehen, wie es abstürzt. Wo ist das? Da. Oh, da geht's runter. Oh. Das sieht tatsächlich ganz nice aus, ne? Wie das abstürzt. Ja, es sah schon nice aus. So. Da vorne, du... Von dort gehen wir dann dort hin. Da waren wir gerade. Wir gehen jetzt auf da, wo ich markiert hab. Dann machen wir dort hier eine Lieferungsmission. Und gehen da... Ne, wir gehen erst hier hin. Wir gehen erst dorthin. Du bist vor allem mein Manager. Ja, da bin ich schon Profi hier, ne? Wir grasen die Karte mies ab, als würden wir Kokain schnüffeln. Grasen. Aber ich finde die Helis, die... Ja, ich fühle die Helis auch nicht so, muss ich zugeben. Ja, also ich finde, die sollten... Nein, 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 stopp, stopp. Mein, aber immer den A folgen, nie den B folgen, den A folgen, Alter. Den A folgen. Folge den A. Ja, ich finde die Helis sind mir auch ein bisschen zu heftig, aber... Ich glaube, später werden wir auch nicht mehr erwischt, wenn wir einfach ein bisschen auf der Welt rum saßen, werde ich auch, glaube ich, kaum noch Helis nehmen. So, gut. Jetzt... Hier hin. Schön, das A testen. Das ist... Und dann können wir zum... Zu dem B gehen, okay? Ja, B. B wie Bob. Okay, hier ist noch... Hier sind noch... Eine Zubehörkiste und zwei Wachenkisten. Auf der... Auf, auf, in der Runde. In der Dings. Okay, äh, jetzt gehen wir die Lieferungsmission hier machen. Oder machen wir die? Ja, auf jeden Fall, würde ich schon sagen. Gut, dann gehen wir dann nach da hin. Warte mal. Das fragt euch noch auf den Berg. Warte kurz, das will das B sollten. Ja, ja, das hatte ich jetzt fast vergessen gehabt. Gut, jetzt einfach... Da haben wir ein paar Katschok. Oder machen wir Lieferungsmission? Wo ist denn die Lieferungsmission? Äh, da müssen wir einfach nur ein Helikopter fliegen. Ja, können wir machen. Kriegst du raus? Malte, der wird doch geklaut. Ich kann gar nicht rausspringen? Ich kann nicht rausspringen, Malte. Okay, Malte, Malte, das klappt nicht. Du hast verkackt, Malte. Da. Oh, hast du gesehen? Wir klappen einfach an den Helikopter vorbei. Nee. Aber Malte, ich kann nicht rausspringen, wenn du zu tief am Boden bist. Nein. Achso. Aber guck mal, eigentlich sieht das ganz geil aus. Ich freu mich schon, wenn wir da tags-und-winteres begutachten können. Jo. Da oben fliegt ein... Ähm... ...Uli-Dart-Heli. Soll ich ihn angreifen? Nein. Du hast kein Recht, dann tue ich trotzdem. Gut, dann würd' ich sagen, fliegen wir... ...hier hin? Also, wir grasen jetzt hier erstmal alles schick-schick ab. Und dann gucken wir da später nochmal alles in Detail an. Ja. Ist eine Frise-Promance... Guck mal, ich fliege einfach auf der Seite. Äh, äh, äh. Ich hab' mal gu... Ist das denn ein Frito? Äh... Der ist eine Farm-Ul-Dinger. Der Baumwoll-Farm. Äh, 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 äh. Äh, 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 äh. Das ist aus der Olivenbäume. Okay. Senden. Ja, das... Das traurig ist, alles abgasen, Alter. Ja, wir machen später nochmal richtig... Also, ich würd' sagen, wir machen immer erst alles so die, äh... ...gewichtigen, also, fragezeichen-mäßig, auf die wir keinen Bock haben, in Heli... ...und dann machen wir den Rest fahrzeug-mäßig, okay? Okay. Ich find' auch ein bisschen, die Helis sollten... ...n Ticken seltener sein, wenn du mich fragst. Ja. Auf jeden Fall. Okay, dann gehen wir jetzt zu, äh, zum Bonus-Orden. Habt ihr schon entdeckt? Äh, ja. Jo, was ist denn das für eine Kiste? Ein Stern. Nee, das ist einfach ein Bonus-Orden. Und dann können wir zum Outlary-Punkt und der Waffen-Kiste. Also, ist das eine Waffen-Kiste oder eine... Nee, ist das eine Zuburg-Kiste. Ja, warte, hier würde ich wieder nichts teilen. Dann gehen wir hoch zu einer Waffen-Kiste. So. Okay, lande mal ganz an der Cover. Ich setz mal die... Ich setz die Drohne ein. Also, aber suche möglichst an der Cover vorzugehen hier alles. Okay, Drohne fliegt. Mein Drohne ist auch im Einsatz schon. Hab'n Tango erkannt, Mati. Weil ich sehe halt keinen, gefühlt, ne? Hier. Ah, ich glaube, hier steht ein Lambo. Malte, wir wurden entdeckt. Wurten entdeckt. Haben weggemacht, bin aber fast down. Ja, ich bin bei dir. Ja, hab einen. Guck mich nicht, warum erzählst du's mir? Ach, die Sniper aus. Down. Gut, wir können, glaube ich, fast ins Gebäude rein. Ich packe mal Wärmebild rein. Irgendwie, mein Wärmebild klappt halt noch gar nicht durch die Wand, ne? Wärmebild finde ich nicht toll. Wenn wir ein Wärmebild durch die Wand gehen würden, ey, das ist ein Lambo geil. Dann wäre das wahrscheinlich ziemlich nice, denke ich mir. So, Orden und weg, ne? Geh weg, schnell. Ich glaube, hier gibt's noch ein bisschen was, oder? Weiß ich nicht. Okay. Warte, ich packe Granate rein. Aber der Lambo hat irgendein Zeichen. Ich glaube, da ist was. Ne, ist einfach ein Fahrrad. Das können wir einfach klauen. Also hier ist jetzt nichts mehr. Können durchziehen. Okay, dann gut, dann geht's im Heli. Also hier sind ja mehrere. Ey, wie wir gleich in Sekunden ausgestiegen sind. Echt, Träge-Kerchen, wir wissen, wir gehen rein, sind direkt wieder draußen. Yeah. So. Jetzt gehen wir hier hin. Warte mal. Ja, da hin gehen wir jetzt. Das war die nächste Folge. Wenn es euch gefallen hat, habt ihr gerne einen Daumen hoch. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.